Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Depot-Roast auf YouTube. Mittlerweile sind wir beim 21. Depot angekommen. Jetzt heute das 21. Depot gehört einem 20-jährigen Studenten, welcher im März 2021 mit dem Investieren begonnen hat. Leider muss man sagen, ist hier nicht richtig korrekt erfasst. Sorry, ist Gerd Quinn leider hier und da etwas schwammig. Aber eben im März 2021 mit dem Investieren begonnen hat, ist neben dem Studium, macht der Gartenarbeit und investiert quasi von seinem verdienten Geld eben 70%. Eben die Sparquote 70%. Und vorweg, bevor wir mit dem Depot rein starten, kurz zum Thumbnail. Viel Kaffee im Depot. Einige von euch dürften es unten auch gesehen haben, inklusive Verlosung. Und zwar verlose ich zwei Tassen. Diese zwei Tassen sind letzte Woche bei mir angekommen. Auf Instagram habe ich es in der Story auch mal gefragt, hättet ihr mal wieder Bock auf eine Verlosung? Ihr habt gesagt, ja, ich glaube 90% waren es, die Bock haben auf eine Tassenverlosung. Und genau da dachte ich mir, bei dem Depot, wo sehr viel Kaffee drin ist, ich sage natürlich auch, warum sehr viel Kaffee drin ist, würde es sich doch anbieten, eben Kaffeetassen zu verlosen. Und zwar, wie könnt ihr teilnehmen? Ihr könnt teilnehmen, indem ihr dem Kanal Youth Financials auf YouTube folgt, indem ihr ein Like an dem Video da lasst und indem ihr Hashtag Kaffee unten kommentiert. Zudem geht die Verlosung von heute mit der Veröffentlichung des Videos bis nächsten Montag, den 18. Juli um 23.59 Uhr. Teilnahme berechtigt sind alle Leute aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die mindestens 16 Jahre alt sind. Und die zwei Gewinner werden dann am 19. Juli quasi gelost oder ausgelost und bekannt gegeben. Und genau, viel Glück an alle Teilnehmer. Zwei Gewinner, Gewinnerinnen wird es geben. Und genau, start mal rein in das Depot, quasi in das 21. Depot. Genau, hat begonnen. Hier sieht man es quasi im März. Das war so richtig der Start hier, wo es losging. Bei ihm, klar, Performance jetzt absolut aufs letzte Jahr. Minus 2000, relativ minus 23 Prozent. Year to date, minus 24 Prozent. Ein Monatssicht, minus 2 Prozent ungefähr. Und Wochensicht, wie bei den meisten wahrscheinlich, 3,5 Prozent jetzt im Plus. Also die meisten dürften die letzte Woche positiv abgeschlossen haben. Aber es sei davor gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht das Ende war. Das ist wieder ein kleiner Abwärts- oder Aufwärts-Trend quasi. Aber an sich, wir haben immer noch Lieferengpässe oder Schwierigkeiten. Wir haben immer noch eine enorm hohe Inflation. Wir haben immer noch die steigenden Zinsen, die natürlich auch die Wirtschaft erstmal in ein gewisses Ungleichgewicht bringen. Und deshalb, solche Aufwärts-Trends wird es auch in Krisen in Bärenmärkten immer wieder geben. Aber nichtsdestotrotz, die Tendenz ist einfach immer noch fallend. Natürlich geht es mal runter, dann wieder ein bisschen hoch, dann wieder runter, dann wieder ein bisschen hoch. Aber wie gesagt, wenn man sich es jetzt einfach hier nochmal auch year-to-date anschaut, so im Dezember, November, ich glaube Dezember-Roundabout war es, ging es ja so richtig los eigentlich mit dem Abwärtstrend. Ja, es ist ein Abwärtstrend. Und natürlich gibt es dann immer mal wieder ein bisschen Aufwärtsphasen, weil vielleicht mal wieder positive Nachrichten sind. Aber am Ende, meiner Meinung nach, geht es erst wieder über in einen Bullenmarkt, wenn wir quasi die Inflation wieder nach unten bekommen. Wenn wir die ganzen wirtschaftlichen Probleme, das sind Lieferengpässe, Lieferschwierigkeiten, natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine, die enorm hohen Rohstoffpreise, enorm hohen Energiepreise. Das sind natürlich alles Sachen, die dann die reale Wirtschaft sehr treffen werden. Deshalb, nichtsdestotrotz, keep going, es wird weitergehen. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass du erst vor einem Jahr angefangen hast. Dann kannst du jetzt mit noch etwas kleinerem Depot quasi gut nachkaufen, um langfristig dich doppelt und dreifach zu freuen. So, wieso heißt der Thumbnail viel Kaffee im Depot? Wieso habe ich die Tasse verlost? Kurz vorweg, das Depot ist aufgebaut aus drei ETFs. Core MSCI World, Stocks Global Selected Dividend 100 und der Core MSCI Emerging Markets, EMI, also Investible Market Index. Und zudem noch Einzelaktien und zwar die größte Volkswagen, zweitgrößte Starbucks, dann Nvidia, Coca-Cola, Paypal, Corsair Gaming, dann zwei Kryptowährungen noch, Ethereum und Litecoin und Apple auch noch gewichtet. Und genau, bevor ich jetzt kurz das Depot anschaue, dazu ein paar Worte sage. Erstmal, warum viel Kaffee im Depot? Zum einen natürlich, ihr seht es schon hier, drittgrößte Position ist Starbucks mit ungefähr 900 Euro jetzt. Können wir mal unten auch anschauen mit der Gewichtung. Ja genau, mit ungefähr jetzt knapp 12% am gesamten Portfolio gewichtet. Und zudem ebenfalls noch Coca-Cola. Jetzt denkt ihr euch, hä, wieso Coca-Cola? Die machen doch nur Softdrinks. Nein, weil zu Coca-Cola gehört auch Costa Coffee. Und Costa Coffee ist jetzt hier vom 25. Januar 2022, also recht aktuell die Daten. Costa Coffee ist ein aus dem Vereinigten Königreich stammender Kaffeebetreiber. Und wir sind jetzt hier im Jahr, klar, aus 2020, es wurde zwar aktualisiert, aber es ist aus dem Jahr 2020 der Erhebungszeitraum quasi, ist eben sogar Costa Coffee, die zu McDonalds gehören. McDonalds hat Costa Coffee vor ein paar Jahren aufgekauft, ist mit 3200 Filialen tatsächlich der führende, also nach Anzahl führender Kaffeebar in Europa, also der größte. Danach kommt McDonalds mit McCaffee und dann kommt tatsächlich erst als drittes Starbucks mit, genau, 2860 Kaffeebars, die quasi betrieben werden. Und genau, weltweit zählt Starbucks zur größten Art und nach dem McDonalds. Und ist nach McDonalds, genau, die wertvollste Fastfood-Marke der Welt. Okay, also wie gesagt, nur auf Kaffee bezogen ist Starbucks weltweit die größte. Wenn man jetzt aber sich Europa anschaut, ist Costa Coffee der größte, zweiter Platz ist McDonalds und dritter Platz ist Starbucks. Und deshalb meinte ich jetzt auch hier viel Kaffee im Depot, weil zum einen 11% Starbucks oder 12% Starbucks und zudem auch noch Coca-Cola. Wie gesagt, nichtsdestotrotz ist ja sehr solide, meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt persönlich kein Fan von Starbucks bin, weil Starbucks eine negative Eigenkapitalquote hat. Das heißt, der Buchwert von Starbucks ist geringer wie die Verschuldung insgesamt. Und natürlich haben das auch weitere Unternehmen jetzt, aber vor allem mit Blick auf steigende Zinsen gesehen, mit Blick auf die Zukunft, die Marktlage gesehen, ist es natürlich immer ein bisschen riskant, weil wenn am Ende jetzt irgendwann vielleicht Starbucks von Banken quasi der Geldhahn zugedreht werden würde, weil sie sagen, hey, wir sind jetzt vielleicht in einer Krise, die Leute kaufen sich keinen Kaffee mehr für 5 Euro, ihr habt Umsatzeinbußen, Gewinneinbußen, dann könnte es vielleicht sein, dass Starbucks keine Kredite mehr kriegt, dann würden sie ratzfatz in eine Insolvenz rutschen, zahlungsunfähig werden und quasi, das wäre dann der Untergang von Starbucks. Klar, nichtsdestotrotz, ich sehe Starbucks schon ähnlich wie ein zum Beispiel bisschen auch McDonalds vielleicht. Also McDonalds sehe ich nochmal besser, deshalb habe ich auch McDonalds im Depot, Starbucks nicht. Klar, haben beides enorm tiefe Burggräben, die Läden sind rappelvoll regelmäßig und Starbucks hat es schon in einer gewissen Weise geschafft, Kaffee als Luxusmarke quasi zu etablieren und auch geschafft, dass Leute echt regelmäßig, keine Ahnung, monatlich ihre 100, 200 Euro für Kaffee to go ausgeben. Aber wie gesagt, persönlich nicht so ein Fan, aber deshalb habe ich jetzt eben diese Kaffeehaus- oder diese Kaffee-Verlosung hier gestartet, weil ich es eben recht witzig fand, dass eben hier mit Coca-Cola einmal Costa-Kaffee und dann eben wirklich mit Starbucks ein großer Fokus auf Kaffee ist. Zu den anderen Einzelaktien, ja Mischung aus Value-Aktie und Wachstumsaktien würde ich sagen, sind definitiv keine Stonks jetzt drin, keine Mist-Aktien meiner Meinung nach. Natürlich, klar, sind jetzt hier zum Beispiel Paypal, Corsair Gaming, Nvidia natürlich auch, Volkswagen auch zum Teil gut unter die Räder gekommen jetzt in den letzten Wochen und Monaten, aber nichtsdestotrotz, das sind auch alles Positionen, wo man meiner Meinung nach aktuell, weil es jetzt auch noch nicht so große Positionen sind, Klar, du musst dich immer selber fragen, bin ich langfristig jetzt von einem Paypal oder einem Corsair Gaming noch überzeugt? Meiner Meinung nach holt man sich Aktien im Normalfall immer ins Depot, weil man irgendwie auch langfristig, also auf 5 oder 10 oder vielleicht sogar 20 Jahre von einem Unternehmen überzeugt ist. Deshalb da ist halt die Frage natürlich jetzt aktuell, entweder du lässt sie mit Buchverlust drinnen stehen, verkaufst sie irgendwann, wenn du weißt, du kannst Gewinne gegenrechnen, um quasi Steuern zu sparen oder du quasi verkaufst jetzt, weil du irgendwie ein anderes, besseres Investment hast, da bin ich zwar nie Fan davon, weil, wie gesagt, Regel Nummer 1, verliere kein Geld, Regel Nummer 2, verliere, äh, vergesse niemals Regel Nummer 1 und ich bin am meisten ein Fan, wenn man Aktien im Depot hat, die man eben auch langfristig halten will, von denen man sich langfristig auch noch Wachstum erhofft, kann man optimal in solchen Momenten nachkaufen, um dadurch einfach einfach den Einstandskurs quasi zu minimieren, um eben langfristig wieder schneller quasi Break-Even zu sein und dann in der Gewinnzone zu sein. Ähm, zudem hier Kryptowährungen, ähm, Ethereum, Litecoin, Litecoin ist immer so die Sache, ich finde es jetzt ein bisschen witzig, dass, äh, Litecoin drin ist, Bitcoin aber nicht, weil meiner Meinung nach in Bärenmärkten wie aktuell ist es wirklich am sinnvollsten, sich echt hier auf die Blutschip-Kryptos zu fokussieren, das ist Bitcoin, das ist Ethereum, ähm, klar, Litecoin ist in einer gewissen Weise auch eher bei den größeren Coins dabei, vielleicht in einer gewissen Weise ein Blutschip, aber am Ende, wenn man sich Bitcoin anschaut, überhaupt technisch, äh, Litecoin ist nicht viel anderes und, ähm, deshalb, ähm, das ist auch immer so große Kritik an, äh, Litecoin, dass es halt einfach heißt, klar, auch wenn es heißt, Litecoin ist quasi, wenn Bitcoin das digitale Gold ist, ist es Litecoin das digitale Silber, aber, ähm, das was Litecoin kann, kann Bitcoin mit gewissen Lightning-Lösungen und so weiter und anderen technischen quasi, ähm, Bridges, ähm, ebenfalls schaffen und deshalb, ähm, weiß ich nicht, bin ich nicht so ein Fan, zumal hier minus 70 Prozent, das wäre jetzt sowas, klar, minus 200 Euro, entweder du gehst vielleicht nochmal mit 200 Euro rein und hoffst auf den nächsten Bullenmarkt, dass es vielleicht wieder hoch geht, aber, ähm, ich würde da jetzt auch nicht mehr allzu viel, glaube ich, machen, weil jetzt eher, wie gesagt, mache ich auch selber gerade Fokus auf Bitcoin und Ethereum, weil wir einfach in dem Bärenmarkt sind und genau, Einzelaktien, wie gesagt, wenn du langfristig Potenzial siehst, kann man durchaus nachkaufen und den Einstandskurs minimieren, ähm, nichtsdestotrotz, du hast hier meiner Meinung nach mit deinen drei ETFs schon eine sehr, sehr solide Basis aufgebaut, ähm, wir schauen sie uns jetzt mal kurz auch nochmal an, und zwar einmal der Core MSCI World, ähm, der ist jetzt im Year-to-Date, äh, 9 Prozent gefallen, dann haben wir einmal den Stocks Global Selected Dividends 100, der ist um minus 3 Prozent gefallen, jetzt, klar, nicht so stark wie der MSCI World und der MSCI Emerging Markets, weil da natürlich auch mehr die Value-Aktien wahrscheinlich, wir können es uns mal anschauen, ähm, genau, auch in einer gewissen Weise dann, ah, nee, gar nicht mal mehr die Value-Aktien, sondern tatsächlich Rohstoff-Aktien, die wahrscheinlich profitiert haben, ähm, gut, äh, MERSC hat natürlich, ähm, profitiert, in letzter Zeit auch, ähm, von den Lieferengpässen haben quasi ja gerade eine Lizenz zum Gelddrucken, deshalb haben sie auch eine enorm hohe, ähm, Dividende ausgeschüttet, ähm, deshalb die jetzt nicht so krass, aber auch der MSCI Core, also Core MSCI Emerging Markets, ähm, IEMI, ähm, ist jetzt auch um minus 8 Prozent gefallen, Year-to-Date, und, ähm, was du hier meiner Meinung nach hast, du hast hier, ähm, drei sehr solide ETFs, die sind alle, ähm, wenn du dir die Position anschaust, 1500 beim MSCI World, beim Global Stocks, gut hier nur 100, aber halt 100 Dividenden-Aktien, wo ich schon auch sag, ähm, gut, da hast du jetzt eine ganz schöne Ausschüttung, glaube ich, genau, ungefähr deine drei bis vier Prozent, ähm, Dividendenrendite, klar, ist jetzt nicht die beste, was Dividendenwachstum angeht, dieser ETF, da kannst du dir vielleicht noch überlegen, dass du dir vielleicht einen, äh, Spider Global Dividend Aristocrats ETF mal anschaust, ähm, aber an sich, ähm, sind es meiner Meinung nach drei ETFs, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast den Fokus auf dem MSCI World und, ähm, dann MSCI Emerging Markets und dann vielleicht noch den Stocks Global Selected Dividend als gewissen Ausschüttenden ETF, langfristig als Altersvorsorge, als gewisse zusätzliche Rente oder so, fair enough, dann hast du hier auf jeden Fall drei ETFs, die du besparen kannst, ähm, ich würde aber auf jeden Fall hier mehr den Fokus echt auf ETFs legen, dass du sagst, du hast hier eine solide Basis, zu dem wir eh gerade in einer Marktlage sind, ähm, alle ETFs sind year to date, glaube ich, gefallen, sind gerade negativ, ähm, da kannst du gut auch eventuell, wenn du jetzt gerade noch ein bisschen Cash hast, Sparpläne erhöhen, ähm, dass du sagst, du gehst jetzt wirklich mehr auf Core MSCI World, Core MSCI Emerging Markets, in gewisser Weise Global Selected Dividend, klar, hier und da, vielleicht nochmal eine Aktie oder Kryptowährung nachgekauft, um den Einstandskurs zu minimieren, um langfristig einfach schneller breakeven zu sein, ähm, aber an sich, ähm, gefällt mir das Depot schon mal ganz gut für den Start, klar, natürlich jetzt hier recht viel IT drin, MSCI World ist recht IT-lastig und jetzt hier mit Aktien wie Paypal, Nvidia, ähm, Apple bist du natürlich jetzt auch, äh, nochmal IT-lastiger aufgestellt, ähm, aber nichtsdestotrotz gefällt mir eigentlich alles recht gut, du bist glaube ich, wie gesagt, auch noch gerade so ein bisschen, ähm, jetzt ein bisschen über einem Jahr dabei, wahrscheinlich ein bisschen auch noch so in der Aufbauphase, wie gesagt, mit 20 Jahren sehr jung, hast noch viele, viele Börsenjahre vor dir, also, ähm, kannst auch definitiv noch deine Strategie ein bisschen anpassen, aber ja, nichtsdestotrotz gefällt mir sehr, sehr gut, du kriegst 4 von 5 Sternen von mir, ähm, ist es alles so gesehen drin, ETFs, Aktien, Kryptowährungen, jetzt hier genau kein kompletter Mist irgendwie, klar, man kann vielleicht noch ein bisschen an der Gewichtung arbeiten, dass man sagt, man hat wirklich ein bisschen mehr eine Basis und dann eben quasi ein bisschen mehr die Satelliten, die dann aus Einzelaktien oder aus Kryptowährungen eventuell bestehen, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, gefällt mir schon nicht schlechtes Depot, deshalb 4 von 5 Sterne, bleibt dabei, keep strong auch in der aktuell, ähm, Downwärtsphase, weil genau jetzt gerade sind meiner Meinung nach, äh, Zeiten, wo man sich echt langfristig sehr, sehr gut einkaufen kann, vor allem, wenn man sich ETFs nimmt, die eben auch stark gefallen sind, weil man da einfach den breiten Markt einkauft und wie gesagt, Krisen gehören dazu, es wird immer auch Krisen geben in unserem Leben und langfristig wird es aber trotzdem wieder nach oben geben und auch wieder bessere Zeiten geben und auch wieder Bullenmärkte geben und genau, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video hier helfen, hoffe auch allen anderen, ähm, dass das Video Spaß gemacht hat, vergesst nicht, die Verlosung am Anfang des Videos gerne nochmal zurücksprühen, ähm, genau, Teilnahmebedingungen waren ein Like, einmal Abo und einmal unten kommentieren quasi Kaffee, zu dem könnt ihr mir gerne kommentieren oder einen Kommentar da lassen, wie ihr das Depot findet, findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, wie ist eure Meinung und an alle anderen, die auch Bock haben, jetzt hier, ähm, demnächst mal beim Depot-Roast mitzumachen, ihr findet wie immer unten zum einen den Link zu meiner Website, Use Financials, zum Depot-Roast, wo ihr einfach in 5 Minuten quasi euer Depot tracken könnt und mir dann den Link schicken könnt und wie auch immer natürlich den Link zum 21. Depot, könnt ihr euch nochmal in Ruhe dann anschauen und genau, wünsche euch eine schöne Zeit, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin, ciao, ciao!